Zwetschgenröster ist ein elementarer Baustein der österreichischen Süßspeisenküche und wird zum Beispiel wahnsinnig gerne zu Kaiserschmarrn serviert, schmeckt aber auch zu sämtlichen anderen Süß- und Mehlspeisen ganz hervorragend. Außerdem ist es eine der schönsten Arten, um Zwetschgen haltbar zu machen. Die Zwetschgen werden dafür mit Zucker und einigen Gewürzen wie Zimtstange und Nelke gekocht. Außerdem kommt ein bisschen Flüssigkeit dazu, wahlweise alkoholisch oder nicht alkoholisch. Du kannst den Zwetschgenröster außerdem im Backofen oder auf dem Herd zubereiten. Die Details findest du wie immer auf heiße Himbeeren und du kannst den Zwetschgenröster dann nicht nur frisch servieren, sondern auch einwecken und so bis zu einem Jahr lang haltbar machen und das ganze Jahr über Zwetschgen genießen.